Ja, da sind wir wieder. Und ich würde sagen... Das lassen wir mal ein paar Zeit erreichen. Seid vorsichtig! Könnt ihr was erkennen? Was soll der denn erkennen? Außer der Auto in die Luft geflogen ist. Ein Vogel! Sie können keine Verstärkung rufen, wenn Ihre Funkgeräte sind. Zerstört sind. Das stimmt nicht, aber... Der Fall ist da! Vorsicht! Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich räume dir auf. Alles ist umgehauen. Tschüss! Ich glaube, da war nur eine Bazooka. Wo ist denn die hier? Das ist aber nicht nett. Und... Du bist der Nächste. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Untertitelung. BR 2018 Das war wahrscheinlich nicht. Aber schön ist, dass da hinten mindestens noch einer steht, den wir nicht markiert haben. Weil der rote Kreis kein Zeichen drin ist. Ganz schön viel Sprengstoff. Die perfekte Falle für Fahrzeuge. Falschgesicht! Ausracken! Weitersuchen! Ich habe ihn im Visier! Er bleibt in Deckung! Ich habe ihn da drüben. Ich habe ihn die Das war's. Das war's für heute. Oh 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 Achtung Bleiben Mhm Jetzt ist mir noch eine Frage Der ist am Pen Wie kann der schreien Das ist ein Wie 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 da war noch so eine Drix ein bisschen schreien quer durch es ist Achtung! Ja, das ist all I got. Das ist all I got. Ich muss diese Türen irgendwie öffnen. Abkommandierte Soldaten sollen sich bei den Zellen vor dich hinrichten, die gefangenen Meldern. Das ist all I got. Ich muss die Stimme hier oben aber wirklich anhören. Ich hab dich. Schuss. So. Ich dachte schon, das war's. Oh, bei uns kommt gerade Besuch. Na gut, dann beende ich erstmal diese Folge. Bis später.